Musik Das soll doch nicht ärgern, mach die platt. Wo sind das viele Scheiße? Ich ziehe die mal ein bisschen Richtung Lager. Gut, also die sind auch weg. Zwei sind drin, okay. Ich würde sagen, wir ziehen weiter. Wir haben hier noch ein bisschen Platz, ne? Aber wir haben da schon wieder Nacht. Also, ich muss mir mal angucken, wie das funktioniert, Alex. Wie gesagt, beim letzten Mal, als ich mir diese Kanalpunkten-Einstellungssache angeguckt habe... Ey, aber liegst du überhaupt nicht durch. Ich hatte auch keine Zeit, mir irgendwie ein Tutorial anzugucken oder sowas. Aber muss ich ja jetzt am Wochenende mal gucken. Können wir auch mal wetten. Weil auf dem Stream Deck habe ich sogar schon die Sachen mit drauf. Wir haben ja damals auch mit Seven Days gemacht, ne? Mit den Horden-Nachten. Horden-Nächten. So heißt das. Hier unten haben wir schon mal Eisen. Das ist sehr geil. Und nochmal Stein. Oder nicht weiter? Jawohl, nice. Wir wollen uns unter dem Nagel reißen. So. Ähm. Ein Warenhaus. Das wäre doch mal was Schickes. Keine Einheiten mehr hier. Wow. Gut geplant, würde ich sagen. Kommt du mal mit. Oh nein. Oh no, der schießt. Aber der schießt gar nicht, also... Kommt du mal mit. Hm, hm, hm. Kommt mal Schatten weg. Was? Äh. Nahrung haben wir genug, aber... Nie genug haben. What? Geht nicht mehr? Ja. Ah, jetzt ist der da. Mist. Riech. Ich hab schon gedacht, ne? All right, I'm going. Hm, 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 hm. Wir bauen jetzt auch direkt das Gold ab. Und sich sehr gut... Na hin. Ja. Lass sie auf jeden Fall schmecken. Und... Machen wir jetzt mal, dass wir uns hier nach unten noch ein bisschen ausbrechen. Oh, die ist auch noch so ein Vieh, ne? Mag das nicht. Wenn dieses Spinnenvieh ist, dann macht das wieder alle platt. Aber eventuell machen wir erst mal den oben. Genau. Äh. Alter, das wollte ich doch gar nicht. Mal gehen hier oben erst mal säubern. Gucken wir mal in der Nacht, was hier abgeht. Ach, hier sind überall Durchgänge. Das ist doch mit. Ich glaube, das könnte auch ein Game werden. Das willst du öfters mal wieder spielen, ne? So wie halt The Abilions damals. Da kommt dir nichts noch zum Rehen. Und ähnliches. Weil wir die letzte Fähigkeit haben vom Helden. Kann ich aufteilen hier? Da haben wir nochmal Stein. Boah, aber eine große Steinfläche. Krass. Da ist noch einer. Das ist immer echt übel, wie schnell die Tageszeit rum ist, ne? Das ist natürlich doof, der da im Weg ist. Egal. Müssen Geld ausgeben. Das kann es melden, ne? Oh, doch. Nice. So, wir bereinigen jetzt nochmal hier alles. Und da durch. Oh, immer diese kleinen Wege, ne? Ich bin hier. Ich bin hier. Ach man, mit dem anderen Tore hätten wir auch üben gehen sollen. Wir machen jetzt. 깊 celebrate. Wir machen. Wir nehmen. Wir machen. Ja. Nächste Einkommen hier. Okay, wir haben eh genug Material. Brauchen wir das Zeug raus, oder? Ich hätte ein Tor einbauen sollen. Können wir noch machen. Ach komm. Was soll der Geiz? Mann hier. Der brauchen wir zwar nicht, aber... Warte, warten. Vielleicht kommen da auch noch mehr. Ja, war klar. Nice. Da war unser Level ab. Gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ordentlich Platz. Wenn wir das hier noch... kriegen... von Eisen. Wow. Wir hätten lieber hier vorne nochmal... Ach, das ändern wir jetzt auch nochmal, ne? Da hinten bringt mir der Turm so rein gar nichts. Und wie ist man mit denen mit? Auch. Gucken wir uns das, äh... Privatgelände hier hinterm Wald mal an. Er muss wirklich die ganze Zeit wachsen, ne? Get on with it. Aber sonst haben wir nichts übersehen, ne? Okay, hier unten kann man noch lang, aber das müssen wir dann einfach hier... up-safen, vielleicht... da kommt man da auch noch lang. Vielleicht mal genauer angucken. Das fighten wir uns hier mal durch. Okay, wir müssen einstecken. Au, 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 au. Aber immerhin, die Harten sind schon mal weg. Ja, ich bin hier hinten. Wicked Creatures! Unwet. Und noch einmal steigen. Sehr geil. Aber ich glaube, da kommen wir nicht durch.